Bist du in Italien oder was fahren da immer für Motorroller rum oder was? Ich wohne in einem Stadtteil mit einem 50-prozentigen Auslandeanteil. Darf ich das noch sagen? Moin, Roberto. Hi Tom. Nach langer Zeit machen wir mal wieder einen reinen Audio-Podcast, weil wir auch keinen Bock drauf haben, dass uns die Leute ständig ins Zimmer gucken. Und bei dir sieht es, glaube ich, auch nicht so toll aus im Moment gerade. Nee, das halbe Zimmer ist nicht. Ich kriege ein neues Bücherregal. Ich habe jetzt dann bald fünf Bücher und da brauche ich dann... Ich wollte gerade fragen, wann kommen denn die Bücher dazu? Fünf habe ich schon. Ja, ja, also da muss man dann schon ein bisschen aufrüsten, Bücherregalen. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, wir treffen uns aber auch deswegen nur in Audio-Format, weil, weiß ich gar nicht, haben wir einfach so gesagt. Ist egal. Wir haben das einfach so gesagt, genau. Eben, genau. Ja, wir wollen sprechen. Wir wollten ursprünglich, wir hatten ja so viele Themen, hatten wir ja, die wir besprechen wollten, die wir dann wieder verworfen haben. Und das Letzte, was wir hatten, war, glaube ich, dass wir über Liberalismus mal sprechen wollten. Ja, und dann ist uns aufgefallen, dass wir gar nicht so liberal sind. Nee, eigentlich sind wir es ja schon. Das ist ja der Punkt. Eigentlich reden wir indirekt ja über Liberalismus. Indirekt tun wir das. Ja, ja, ich habe so ein bisschen, also ich musste dann ja auch erst mal mein Liberalismus-Wissen so ein ganz kleines bisschen auffrischen, um nicht zu sagen ganz erheblich auffrischen. Und habe dann bei dem legendären Franz Neumann, sozusagen der erste Politologe der Welt oder so ähnlich, bei dem habe ich jedenfalls dann mal angefangen ein bisschen zu lesen. Und ja, vielleicht streifen wir ja den Liberalismus später direkt nochmal ein bisschen. Denn was ich da so vorgefunden habe, das war tatsächlich interessant und teilt in sich doch sehr widersprüchlich, was den Liberalismus an sich als solches betrifft. Grundsätzlich schon, aber über den wollen wir ja heute doch gar nicht so direkt sprechen. Naja, eigentlich war ja der Aufhänger, wir wundern uns in den letzten Tagen und Monaten immer wieder darüber, dass Leute, die uns lesen, bei Twitter folgen oder auf irgendeine andere Art und Weise mit uns verbunden sind, die bedanken sich ganz oft dafür, dass sie bei uns so kommentieren dürfen, wie sie wollen, dass wir relativ Meinung zulassen, auch Sachen, die nicht so beliebt sind. Und das hat uns doch schon sehr verwundert, oder Tom? Ja, also definitiv. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich ein tolles Kompliment, das wir auch gerne annehmen, definitiv. Auf der anderen Seite fand ich, wir haben ja vor kurzem, haben wir ja bei unserem YouTube-Kanal, haben wir ja dann endlich mal wieder einen Livestream gemacht. Den zweiten jetzt, bis jetzt. Und das war auch sehr schön. Da waren irgendwie, glaube ich, so in der Spitze 20, 30 Leute zu Besuch oder so. Und natürlich ging es auch um Corona, natürlich ging es auch ums Impfen. Und es wurde aber auch über tausend andere Dinge gesprochen, zum Beispiel bedingungsgroßes, bedingungsloses Grundeinkommen. Das wollten wir eventuell bei unserem nächsten Livestream dann sogar mal ein bisschen mit dem Publikum vertiefen, nochmal ein bisschen diskutieren. Aber darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Sondern, ja, dann sagte ein Nutzer oder schrieb in den Chat, schrieb dann ein Nutzer, ich bin geimpft, aber ich hatte keine andere Wahl, weil, und ich weiß nicht mehr, die Begründung ist ja auch uninteressant. Und da sind wir ja beide so relativ schnell darauf angesprungen, in dem Sinne, als wir dann dazwischen gegrätscht sind und gesagt haben, hey, hallo, stopp, warte mal, hier muss sich niemand rechtfertigen, egal ob er geimpft oder nicht geimpft ist. Und das fand ich irgendwie ziemlich schräg, weil ich habe so mehr oder weniger so die Ungeimpften als ja schon insgesamt eine Minderheit betrachtet, wo man sich dann nicht dafür rechtfertigen muss, wenn man jetzt geimpft ist. Also das fand ich irgendwie ziemlich schräg. Aber es sagt natürlich auch viel über die Fronten aus, die da verlaufen. Ja, es sagt auch viel über den Zeitgeist aus. Man rechtfertigt sich für Dinge, ob jetzt ungeimpft oder geimpft, oder für politische Anschauungen, die einem, die vielleicht dem Gegenüber nicht gefallen könnten. Ich finde das ganz schrecklich, also dass sich das zu so einer Gesellschaft entwickelt hat, wo man sich immer rechtfertigen muss für alles das, was man sagt, was man gerade mal in den Raum geworfen hat, was man tut. Ich finde das schrecklich. Also ich habe so in dieser ganzen Corona-Zeit gemerkt, es geht uns ja gar nicht so sehr, glaube ich, momentan um links oder rechts, politisch betrachtet, sondern mehr so darum, dass wir eigentlich ein Gegengewicht sein wollen. Wir sind natürlich ein kleines Gegengewicht, wir sind jetzt keine ganz große Instanz, aber so ein kleines Gegengewicht zu diesem Zeitgeist sein wollen, der quasi vorgibt, wie man zu denken hat, wie man zu sprechen hat, wie man sich auszudrücken hat und wie man zu handeln hat. Das ist nicht meine Vorstellung vom Leben. Ich glaube, da bin ich wesentlich freiheitlicher eingestellt. Ja, und ich denke, das ist auch tatsächlich keine Frage von links und rechts. Und dass ich das sage, das überrascht mich eigentlich selbst ein bisschen. Denn also früher, früher, das ist auch immer, also ich sage mal vor Corona. Das kommt immer häufiger bei dir vor. Ja, ja, dieses früher, ich weiß auch nicht, das ist altersbedingt oder halt die Entwicklung der letzten anderthalb Jahre. Nein, mir geht es genauso. Ich bin zehn Jahre jünger als du oder 20, ich weiß gar nicht. Aber ja, aber mir geht es genauso. Also ich bin mit 43 schon ein alter Mann, weil ich vieles nicht mehr begreife. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, wobei, also dieses früher, wollte ich jetzt nochmal kurz, worauf sich das überhaupt bezieht. Früher habe ich tatsächlich vehement, auch schon zu den Zeiten, als dann irgendwie so die Montagsdemos, Maidan-Proteste und so, da hieß es ja dann immer, es kommt nicht auf links und rechts an, wir sind gegen den Krieg in der Ukraine beziehungsweise gegen die Einflussnahme des Westens. Und das sei keine Frage von links und rechts. Da habe ich mich immer sehr gegen gewehrt und habe eigentlich, was heißt eigentlich, ich habe die Überzeugung vertreten, dass es sehr wohl einen Unterschied zwischen links und rechts gibt. Und den habe ich dann auch schon einige Male dann formuliert. Eben links ist tatsächlich der Grundgedanke, eine gewisse Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit herzustellen. Und rechts, ja, ist eher das Gegenteil davon, um es jetzt mal ganz verkürzt zu sagen. Und jetzt in dieser Zeit, so wie du sie jetzt auch eben beschrieben hast, jeder muss aufpassen, was er sagt und ob er es richtig sagt und die Genderei kommt jetzt ja auch noch dazu, ist es in der Tat keine Frage mehr von links oder rechts. Also das ist wirklich eine, ja, es ist eine allgemeingesellschaftliche Frage. Ich meine, wir haben jetzt schon einige Male in der Vergangenheit über Reitschuster gesprochen und haben ja festgestellt, dass wir uns dem verbundener fühlen, als wir es unbedingt jetzt vor Corona für möglich gehalten hätten. und der hat vor kurzem ein Video gemacht und da hat er dann, ich weiß nicht mehr, da hat er dann, ach ja, das war diese Unteilbar-Demo, glaube ich, die er gefilmt hat oder so. Und das war ja eine ziemliche Nullnummer, da waren ja irgendwie ein paar tausend Leute und da war ja nichts los. Und irgendwann sah er dann irgendjemanden, der dann irgendwie, ich glaube, einen Kuba-Rucksack oder eine Kuba-Fahne mit sich rumgetragen hat oder so. Und dann sagte Reitschuster halt, ja, guck mal hier, also hier werden sogar linksextreme Kuba-Freunde zugelassen auf dieser Unteilbar-Demo, wo ich dann so dachte so, ja, Reitschuster, das ist so genau das, wofür ich dich früher zum Kotzen fand irgendwie. Und das hat er halt gebracht. Aber nichtsdestotrotz bin ich mir insofern mit ihm einig, als dass wir beide halt feststellen, dass die Grundrechte, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, all das massiv eingeschränkt wird. Und ich gehe davon aus, sollte sich das irgendwann mal ergeben haben oder erledigt haben, dass dann wahrscheinlich, wenn es dann wieder sozusagen in die alten politischen Kämpfe geht, mein gedanklicher Weg, den ich jetzt teilweise mit Reitschuster gehe, dann auch wieder unterschiedliche Richtungen einnehmen wird. Da bin ich nicht so sicher bei mir. Also inhaltlich sehe ich es genauso. Also jetzt wegen dieser Kuba-Fahren, ich habe das nicht gesehen, aber das ist ja nichts, woran wir uns jetzt aufhängen würden. Ich weiß auch nicht, was daran jetzt extrem ist. Aber gut, das ist ja egal. Ich habe... Das ist halt Reitschuster-Swelt. Ja, natürlich, natürlich, völlig klar. Aber ich habe gelernt in diesen anderthalb Jahren oder vielleicht auch in den letzten Jahren, sagen wir mal so, ganz am Anfang war es vielleicht ja noch nicht ganz so schlimm. Ich habe gelernt, das wertzuschätzen, dass jemand eine andere Meinung haben kann wie ich und dass einer eine extrem andere Meinung haben kann wie ich, die nicht dem Mainstream entspricht, die sicherlich ein isoliertes Weltbild ist, eins, das jetzt mit der Allgemeinheit entspricht. Sagt man in Bayern eigentlich nicht anders als, sondern anders wie? Ja, das sagt man. Ich kriege das hier ständig zu hören. Ich bin ja hier mit einer Hannoveranerin zusammen, die können ja nicht richtig Deutsch. Ja, ja, das wage ich immer zu bezweifeln. Ja, ja, aber das glauben die immer nicht. Aber ich kriege das 100, ich sage das am Tag 20 Mal und ich kriege es 20 Mal serviert, dass es falsch ist. Es ist ja auch 20 Mal falsch. Nein, es ist natürlich 20 Mal richtig. Aber bitte, ich will keine Entwicklungshilfe leisten. Ja, gut, also weiter mit Reitschuster, bitte. Ach so, extreme Meinungsunterschiede, extreme Meinungsunterschiede, das hast du zu schätzen gelernt. Ja, das habe ich zu schätzen gelernt, weil mir diese Leute einfach interessanter erscheinen. Also ich muss sagen, ich finde heute einen AfD-Menschen interessanter als irgendeinen glattgebügelten Linken, der die Maske bis unter die Augen hat, der sehr konform ist, der mir sagt, dass ich gendern muss, du weißt, dieses ganze Woke-Weltbild. Ja, das ist kackenlangweilig. Das ist langweilig mit solchen Leuten. Das sind ja Leute, die gut sein wollen, extrem gut sein wollen. Und ich finde, die Guten sind total langweilig. Die Bad Guys finde ich viel interessanter. Ja, das ist interessant. Ich habe vorhin, irgendwie hatte Alice Weidel, AfD, wissen ja wahrscheinlich alle, die hatte irgendwie heute oder gestern eine Rede im Bundestag gehalten. Ich weiß gar nicht, ob, nee, die hattest du nicht getwittert, aber du hast irgendwas zu Weidel getwittert. Jedenfalls war das so eine Rede, da konnte ich so zu 50 Prozent zustimmen ungefähr und die anderen 50 Prozent fand ich total daneben. Aber das hat, und dementsprechend unterstreicht das, was du eben gesagt hast, das hat tatsächlich einfach einen Reiz gehabt. Weil eine Rede, die man komplett scheiße findet, wo man sagt irgendwie, oh, das geht ja gar nicht. Also da ist ja alles daneben irgendwie. Also die macht nicht viel Spaß, finde ich. Eine Rede, wo man aber im Grunde genommen ständig am Nicken ist und immer sagt, ja, genau, sehe ich genauso, das ist genau der Punkt, die macht auch keinen Spaß. Ach, das will ich nicht. So eine Rede, wo du halt irgendwie mal denkst, so, hey, hoppla, kann ich unterschreiben und dann eine Minute später irgendwie, oh, ey, was haust du denn da jetzt raus irgendwie. Das ist auch kopfmäßig viel interessanter, finde ich. Und das ist, bevor ich es vergesse, ich habe nämlich heute zwei Schlagzeilen gelesen, die ganz gut dazu passen. Einmal war es wohl so, dass Olaf Cum-Ex-Scholz die Rede gehalten hat im Bundestag als zukünftige Kanzlerin. Und Beatrice von Storch wollte wohl ganz gerne eine Zwischenfrage stellen, was ja jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Und er hat dann wohl sich relativ lange Zeit gelassen, um zu überlegen. Und dann hat er ihr eine Absage erteilt unter Applaus der Bundestagsmitglieder, wo ich so dachte, okay, er kriegt jetzt also Applaus dafür, dass er eine Zwischenfrage nicht zugelassen hat, dass er also schlicht und ergreifend auch einfach nicht wissen wollte, was sie denn jetzt fragen will oder so. Und das ist dann ein Grund zu applaudieren. Das finde ich so unglaublich. Das ist genau die gleiche Scheiße wie Böhmermann, der sagt, dass Streeck und Kekulé nicht zu Lanz eingeladen werden dürfen oder so. Wie du schon sagtest, es muss halt immer 100% stimmig sein. Es muss immer 100% in das eigene Weltbild passen. Und wehe, das tut es nicht. Dann sind ein Streeck und ein Kekulé, zumindest in den Augen von Böhmermann, Menschenverachter. Also wo ich dann denke, sag mal, geht es eigentlich noch verächtlicher? Wir sind ja die Guten, suggerieren sie. Wir sind die Guten. Und wir wollen es auch nur mit den Guten zu tun haben. Und wer in irgendeiner Nuance nicht gut ist, gehört schon zu den Schlechten. Jetzt will ich nicht mehr sagen, dass Weigel in irgendeiner Nuance nicht gut ist. Natürlich ist da in diesem Weltbild auch vieles dabei, was ich nicht unterschreiben kann. Trotzdem würde ich mich, glaube ich, lieber mal mit ihr zusammensetzen und unterhalten, als mit Wissler. Oder mit, ja... Jetzt sag ich nicht, Hennig Wieselow. Ja, mit der würde ich mich jetzt zum Beispiel nicht treffen wollen. Nee, also auf keinen Fall. Nee, nee, nee. Also ich glaube auch, das würde mich intellektuell sehr unterfordern. Das sage ich jetzt einfach mal so arrogant. Aber naja, wie gesagt, ich finde, das hat mich die ganze Geschichte jetzt gelehrt. Diese Gleichschaltung der Meinungen hat dazu geführt, dass ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, ich finde, die AfD hat völlig recht, aber ich finde die viel interessanter, als diese ganzen Glattgebügelten, die immer einer Meinung sind. Denn wir haben schon erlebt, durchaus in vielen Themen, Corona betreffend sowieso, aber auch in vielen anderen Themen, die das ganze Thema flankiert haben, dass wir durchaus so eine Art Ein-Parteien-Landschaft haben, CDU, CSU, SPD, Grüne, Linke, die mehr oder weniger die gleichen Vorstellungen hatten. Und insofern ist mir jeder willkommen, der so ein bisschen dagegen schießt. Das stört auch die Selbstzufriedenheit, die da entsteht. Und selbstzufrieden zu sein, das ist ganz gefährlich. Ja, sehe ich auch so. Du hast ja gesagt, das wollte ich nochmal sagen, Olaf Scholz kann Kanzlerin, oder wie hast du das gerade gesagt? Ja, das ist tatsächlich ein Plakat wohl, also er kann Kanzlerin, und mir war immer klar, dass er eine Pussy ist. Das ist jetzt wieder politisch inkorrekt, das dürfte ich wahrscheinlich nicht sagen, aber das hat es mir auch gelehrt. Ich gebe einen Scheiß drauf, ob irgendwas politisch inkorrekt ist oder nicht. Ja, also natürlich ist Scholz eine Pussy, aber auch noch eine korrupte, korrekt wäre schön. Ja, ja, ja. Und ja, ich habe ja dieses Plakat mit der Kanzlerin, da habe ich ja Kanzlerin durchgeschrieben und durchgestrichen und er kann Cum-Ex. Oder Cum-Jobs habe ich geschrieben, glaube ich. Ja, ihr habt es geschrieben, aber er ist auch eine Cum-Ex-Mitwisserin gewesen. Ja, 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 nicht nur Mitwisserin, also das ist natürlich nur meine persönliche Meinung, nicht, dass es hier justiziabel wird, aber für mein Empfinden steckt er bis zum Kopf tief drin, in dieser ganzen Cum-Ex-Wire-Card und wie hieß denn auch diese Hamburger Bank, der Warburg und also du kannst davon ausgehen und auch der Bürgermeister da, der, wie heißt der noch? Tschetschner. 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 Ja, was das heißt. Tschetschner. 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 Ja, genau. Der steckt da ja auch mit drin. Und das muss man sich mal vorstellen, das finde ich wirklich so faszinierend. Ich drifte jetzt ein bisschen ab, du kannst mich gleich wieder zurückholen, aber dass so ein Mensch, Ich meine... Das sind deine Hamburger Gefühle. Nein, 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 ach, meine Hamburger Gefühle, ich fand den immer schon scheiße, auch als der Bürgermeister war in Hamburg. Dass der jetzt tatsächlich in den Umfragen zumindest mit über 20 Prozent, das ist ja in den heutigen Zeiten, ist ja 20 Prozent, ist ja ein unglaublicher Wert irgendwie, also 40 Prozent oder so, das war früher mal. Also, dass er jedenfalls mit über 20 Prozent jetzt im Moment vorne liegt und eine Baerbock, die zugegebenermaßen für mein Empfinden, ja, das ist halt eine nützliche Marionette, die ist irgendwie von den Transatlantikern ausgebildet worden, die war doch hier irgendwie Nachwuchskraft, was weiß ich nicht, transatlantische Brücke oder weiß der Henker was nicht, ist ausgebildet worden und ist nett anzusehen und irgendwie ja sympathisch und dann dachten sie dann, und dann hauen wir die halt nach vorne. Echt, die findest du sympathisch? Nein, ich find, ja, ich find sie jetzt, ja, Gott. Das ist so eine Art Mensch, den würde ich mit meinem Arsch nicht anschauen. Ja, also, du weißt, was ich meine, also sie ist jedenfalls, sie ist jetzt, keine Ahnung, eine Beatrice von Storch, die personifiziert ihr eigenes Feindbild sozusagen, das macht Baerbock jetzt nicht unbedingt. Die fände ich auch interessanter. Ja, von Storch ist so, da finde ich eher Weidel interessant, also von Storch, mit der kann ich so gar nichts anfangen, aber ist ja auch egal. Da könnte man bestimmt viel lachen. Ja, gut, gut, okay. Jedenfalls, Baerbock irgendwie schummelt da in ihren Lebensläufen und Ding Ding Dong und so und das ist ja auch alles irgendwie, ist ja ganz, ganz schlimm, wobei ich denke so, Gott, Lebensläufe beschönigen, das gibt es wahrscheinlich schon seit 80 Jahren, dass das gemacht wird oder so. Es wird wahrscheinlich jeden Tag, irgendein Politiker beschönigt irgendwie seinen Lebenslauf und Baerbock hat es nun besonders dumm gemacht und ist dann dabei erwischt worden und deswegen ist sie jetzt in der Wählergunst abgewatscht worden. Aber ein Scholz, der also wirklich für Millionen Steuergeldverluste mitverantwortlich ist, das ist natürlich nur meine ganz persönliche Meinung, ist ja klar, der liegt jetzt in der Wählergunst vorn. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und letztlich, ich meine, dieses Kokettieren mit Kanzlerin und so, das ist natürlich, PR-mäßig ist das natürlich grandios, weil es ist ja richtig, die Leute sehen in Scholz im Grunde genommen den einzig legitimen Nachfolger zu Merkel, weil er genau so, so, ich will jetzt nicht sagen, was mir dazu einfällt, aber er erinnert irgendwie an sie. Das ist schon so. Ja, ich meine, er stellt sich ja gern dar als jemand, der aus der Opposition kommt und das hört sich ja alles momentan so an. Gestern hatte er ja einen Anschiss kassiert von seiner Kanzlerin, war mit langen Ohren da gesessen. War das wirklich so? Hast du da was gesehen? Also ich habe das nur gelesen. Ich habe es auch nur gelesen. Ach so. Ich habe ein Bild dazu gesehen, aber es kann natürlich auch ein Bild sein, das ganz mal anders aufgenommen wurde. Man weiß es nicht. Vielleicht hat es auch Baerbock einfach nur erfunden. Ich weiß es ja alles nicht. Man weiß es ja nicht mehr. Stimmt ja alles nicht mehr. Ach so, von Baerbock kam das? Nein, ich sage es einfach nur. Ach so. Okay. Du nimmst mich viel zu ernst, merke ich. Ja, ich will ja immer unterstellen, dass du auch ein seriöser Gesprächspartner bist. Nein, das hat sich auch sehr gewandelt. So richtig seriös bin ich auch nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Das ist so schwierig. Ja. Das ist wirklich schwierig. Ja, ja gut, also Scholz wird, du sagst, in der Wählerkunst steigt er. Das ist ja, also am Ende wird er die Wahl vielleicht gewinnen mit 22,8 Prozent. Ja, das ist ein Witz, natürlich. Das ist das zweite oder das drittschlechteste Ergebnis der SPD. Die CDU wird das schlechteste Wahlergebnis einfahren. Die CSU übrigens als Teilbereich der CDU auch. Ja. In Bayern wählen 29 Prozent die CSU. Ich weiß gar nicht, wie das umgerechnet ist auf die Bundesebene, aber kommen die dann überhaupt noch auf drei Prozent? Wenn der Laschet auf eine dumme Idee kommt und sagt, die CSU, die gehört nicht mehr zu uns, dann ist die CSU nicht einmal mehr im Bundestag vertreten. Weil es ja immer die fünf Prozent würde erneisten. Ja, das wäre ja geil. Das wäre ja so geil. Das wäre echt geil. Also es ist tatsächlich, es ist schon so, dass man, dass man schon sieht, dass die Corona-Krise was verändert hat. Es gibt im Grunde keine Volksparteien mehr. Das war vorher immer schon Thema, aber jetzt ist der Moment wirklich da. Die existieren nicht mehr. Bei der Union bin ich mir nicht so sicher, ob die sich nicht sogar mehr oder weniger auflösen in irgendeiner Art und Weise. Früher oder später, also wenn sie bei der nächsten Wahl nur noch 15 Prozent haben, dann lohnt sich das Ganze ja gar nicht mehr. Kann man ja gar keine Korruptionsgeschäfte mehr abwickeln bei 15 Prozent. Da muss man vielleicht eine neue Partei gründen. Naja, also das ist ja gar nicht verkehrt. Also ich meine, wenn sie jetzt wirklich Oppositionspartei werden, das ist ja der Albtraum aller Christdemokraten im Prinzip und auch Söders persönlicher Albtraum natürlich, da kannst du dir vorstellen, dass dann in den nächsten Jahren auch die Spenden, die Großspenden von Unternehmen dann mal ein bisschen zurückgehen. Da werden sich dann eher die Grünen und die SPD bedienen und dann geht es vielleicht der CSU so ein bisschen wie dem HSV. Einmal abgestiegen, kommt es nicht wieder raus aus der Kiste. Das stimmt, ja. Insbesondere, weil sie auch keine Charismatiker haben. Das kommt ja noch hinzu. Weil ich meine, die Tatsache, dass Laschet nichts reißt, hängt ja auch damit zusammen, dass er ja wirklich das Gegenteil eines Charismatikers ist. Ah, das ist tatsächlich was, da würde ich mich durchaus streiten. Ich finde von diesen drei Kamilaten Laschet tatsächlich noch am Sympathischsten. Ja, aber sympathisch, ja, auch ein hessiges Entlein kann sympathisch sein. Die Leute wählen Sympathie, die wollen doch keine Kompetenz. Die Leute, ich spreche doch gar nicht von Kompetenz, ich spreche von Charisma. Weißt du, Willy Brandt hatte Charisma, Putin hat Charisma, sogar ein Trump hatte Charisma, mehr als ein Biden zum Beispiel. Ja, das stimmt sicherlich. Die Kandidaten, die wir jetzt haben, keine Sau hat da Charisma. Baerbock nicht, Scholz nicht und Laschet auch nicht. Und Söder übrigens auch nicht. Der hat ja auch kein Charisma. Söder, Söder, Söder ist so, ist so, ist so, den stellt man sich so als, als Sadomaso-Typen vor, mit Peitsche und in Leder irgendwie. Ach, für Teufel ist das ekelhaft. Du, die haben ja nicht nur kein Charisma, die haben auch allesamt keinen Charakter. Das kommt dir erschwerend hinzu. Ja gut, aber wo willst du da jetzt anfangen und aufhören bei den ganzen Figuren im Bundestag? Also, wer hat denn da Charakter? Das stimmt. Dieter Dehm fällt mir spontan ein. Ja. Aber den kenne ich jetzt auch persönlich. Also, ich kenne natürlich jetzt relativ wenige, also vielleicht keinen, also fast wenige persönlich aus dem Bundestag. Ja. Aber Dieter Dehm, der hat Charakter auf jeden Fall. Ja. Also, was ich merke ist tatsächlich, wenn ich so poste, dass es, wie sage ich das, politisch nicht immer ganz korrekt ist, ist es nicht mehr so, dass ich so viel Gegenwehr bekomme. Das hat sich schon auch verändert. Ich glaube, die Leute sind ganz froh, wenn einer nicht diesen Sprech bedient, der üblicherweise bedient wird. Ist ja ganz schrecklich. Folge mal einem Politiker bei Twitter. Diesen Sprech, da kannst du kotzen, wenn du dir das anhörst. Ja, ich habe nicht. Ja, ich habe ja, ich habe ja Steg, da habe ich ja gefressen. Ja, ja. Ich schreibe zum Beispiel, der Baerbock möchte, wenn sie die Regierung stellt, flächendeckend 2G umsetzen. Das will sie wirklich. Der Letzte, der mit so einem Diskriminierungsversprechen in eine Bundestagswahl ging, war doch Franz Schönhuber, oder? Das kann sein. Ja, aber das kannst du heute sagen und da kommt fast keine Gegenwehr mehr. Also, die Leute nicken dabei und die haben schon auch das Gefühl, dass man es sagen muss. Also so Nazi-Vergleiche, ich sage, kann man bei Schönhuber Nazi sagen? Ja, doch, der war Nazi, gell? Ja, also der ist mindestens sehr nah dran. Die gehen heute schon, ohne dass man gleich in einen gewissen Ruch gerät. Das geht. Ja, aber ich meine, Baerbock sagt zum Beispiel auch, dass sie immer noch dafür ist, irgendwie Nord Stream 2 abzubrechen. Das Ding ist jetzt offiziell gerade fertiggestellt worden. Also, das ist dann auch noch realitätsfern. Aber es stimmt schon, dass man also wirklich, das ist ja auch das, was ja auch Söder zumindest eine Weile ausgemacht hat. Ich glaube, inzwischen bröckelt ja so diese ganze Fassade. Aber dieses Autoritäre, dieses Strenge und dieses, wir müssen jetzt irgendwie. Und da sind tatsächlich Leute wie Baerbock dann eben auch wirklich aufgesprungen auf diesen Zug. Uns ging es genauso. Ja, erzähl du erst mal. Ja, Laschet war früher relativ dafür oder stand eigentlich dafür, dass er eine Entspannungspolitik mit Russland haben will. Das war häufig von ihm geäußert und durchaus für mein Empfinden auch mit Überzeugung geäußert. Das hat er abgelegt. Das ist weg. Das ist futsch. Ja, ja. Also, ich denke ohnehin, also diese Scholz-Baerbock-Regierung, ich nenne es jetzt einfach mal so, das wird ein Vierjahresmodell werden und danach stehen wir wahrscheinlich vor komplett gemischten Karten da. Ich glaube, dass sich die die dann Regierungsparteien aufgebraucht haben. Die Union kommt nach vier Jahren nicht wieder zurück. Mal schauen, was dann passiert. Ich sage vielleicht nur die Basis. Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, die Basis sind langfristiges Projekt. Aber tatsächlich wird mit der AfD zu rechnen sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. 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 Aber weil du sagst, Söder, der am Anfang dieses Anpackerische hatte, uns ging es da genauso. Ich erinnere mich ganz am Anfang, als es losging mit Corona und die dann angefangen haben, die Kindergärten und Schulen zuzumachen. Du erinnerst dich, ist schon sehr lange her, aber da gingen die doch dann in sämtlichen dritten Programmen, gingen die Ministerpräsidenten auf Sendungen und haben erklärt, was sie jetzt vorhaben und so weiter. Und da war der Bouffier bei uns in Hessen, wir wohnen hier in Hessen, war dann im hessischen Fernsehen zu sehen und der saß da behäbig und ich dachte wirklich, während er den Lockdown ausspricht, schaltet er da hin. Also diese Agilität eines toten Mannes hatte er und wir sahen das und dachten, okay, es muss wesentlich schlimmer uns umstehen, also die Regierung scheint schon kurz vorm Abnippeln zu sein und dann hast du das bayerische Fernsehen dazu parallel eingeschaltet und da saß Söder und der ging auf in dieser Rolle und war ein Anpacker und wir schaffen das und wir machen das und so war das und im ersten Moment, wo du noch nicht wusstest, was kommt da auf uns zu, da dachtest du dir, hm, der Söder, hier bringt er sich ganz schön in Position und im Vergleich zu Bouffier. Ich habe dann während der Krise zu schätzen gelernt, dass Bouffier fast stirbt und es war mir wesentlich lieber als so ein lebendiger Söder. Ja, das war natürlich jetzt kein Todeswunsch, das war nur Satire. Nein, nein, ich meine, er hat halt, Entschuldigung, ich kann ja auch nichts dafür, wenn der Charisma hat von einem toten Gaul. Das ist doch nicht meine Schuld. Nein, ich wollte nur vermeiden, dass jetzt irgendjemand sagt, dass du dich gefreut hättest, als wenn er gestorben wäre. Nein, er lebt ja noch. Ich bin ja froh, dass er, Ja, was jetzt auch kein Grund zur Vorbereitung, da ist auch Quatsch. Nein, ich will einfach nur sagen, ich freue mich, dass er bei lebendigem Leibe quasi aussieht, als ist nicht mehr viel Leben in ihm. Ja. Und das hat sich bewährt in Hessen, glaube ich, so, also im Vergleich zu anderen Bundesländern, wobei, momentan zuckt er ziemlich lebendig, das finde ich schon gar nicht so gut beim Bouffier. Aber beim Söder war es halt so, der war mir zu lebendig im Laufe der nächsten Monate. Zu agil. Ja. Selbst mich hat das geblendet. Das kann ich schon verstehen, aber das war relativ schnell wieder vorbei. Ja, aber das ist ja sowieso, also genau, also das ist ja, das ist ja das große Problem eigentlich, dass ja letztlich alle, die ganze Bande, inklusive Söder, die sind ja da stehen geblieben, wo sie im April letzten Jahres waren. und haben ja sich kollektiv geweigert, sich vielleicht mal weiterzuentwickeln, vielleicht mal neue Erkenntnisse mit einzubeziehen oder mal gucken, was man da bisher gemacht hat und ob das funktioniert hat oder nicht irgendwie. Und stattdessen haben sie ja immer nur mehr von dem, was sowieso nicht funktioniert hat, umgesetzt. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, die Leute kapieren es einfach langsam. Ja. Ich mache das zum Beispiel fest an dieser Impfmüdigkeit oder nee, Müdigkeit will ich gar nicht sagen, an dieser Impfskepsis, die ja immer noch bei, je nachdem wie man rechnet, bei 20 bis 40 Prozent der Bevölkerung vorhanden ist. Und ich habe das gerade vorhin irgendwie zu jemandem gesagt oder geschrieben, dass die Tatsache, dass sich trotz dieser ganzen Zwänge und dieser ganzen Einschränkungen und dann eben auch noch kostenpflichtige Tests im Herbst. Und jetzt habe ich gehört, Spahn, ich glaube Spahn war es, hat dann auch noch vorgeschlagen, ja, also im Falle von Quarantäne von Ungeimpften können es dann auch Verdienstabzüge geben, weil das ja nicht alle bezahlt sind. Das praktizieren momentan sogar schon bestimmte Unternehmen, wo es eigentlich gar keine Rechtsgrundlage dazu gibt. Ja gut, für was gibt es denn noch eine Rechtsgrundlage? Jedenfalls trotzdem, dem bleiben viele relativ gleichbleibend, viele Leute bleiben konsequent bei ihrer Haltung. Ja. Also das ist jetzt kein, das ist jetzt kein schreiender, brüllender Widerstand mit Mistgabeln und allem drum und dran und wir gehen auf die Straße und rennen die Polizeibarrikaden um, sondern das ist so eine ganz, vielleicht auch so ein bisschen deutsch, stille Art des Widerstandes, so, nö, ich mache das nicht. Aber du kriegst einen Bockwurst, du kriegst ein Eis und darüber hinaus musst du dann die Tests in Zukunft selbst bezahlen. Nö, ich mache das trotzdem nicht. Nö, nö, lass mal, lass mal. Ja, also ich merke das auch, ich merke das in Kleinigkeiten im Alltag, es geht schon los, also wenn man, gab es mal das Wort Maskendisziplin, das habe ich auch schon mal gehört, das hat schon nachgelassen. Es ist nicht so, dass die Leute jetzt in der Bahn keine Maske tragen oder so, das ist nicht, aber sie tragen sie nicht immer ganz perfekt und es sagt auch keiner mehr was. Am Anfang gab es immer einen, der sagt, setzen Sie meine Maske richtig auf und so. Das habe ich schon seit Monaten nicht mehr gehört. Man lässt den anderen machen und gut ist. Ich glaube, die Leute sind auch sehr müde, sehr resigniert, aber sie merken auch, dass sie die Schnauze voll haben von dem ganzen Theater. Und sie merken, glaube ich, auch sehr wohl, dass die Pandemie im Alltag der Menschen und die Pandemie, die die Politik und die Medien forcieren, also die Medienpandemie, wenn man so möchte, dass das zwei verschiedene Geschichten sind. Das heißt nicht, dass sie denken, sie könnten nicht krank werden, denn es könnten sie sehr wohl. Das ist mir völlig klar. Das habe ich auch nie geleugnet für mich. Natürlich kann ich krank werden. Natürlich kann ich auch auf die Intensivstation kommen. Das ist alles völlig klar. Das kann passieren. Aber es kann eben auch nicht passieren. Das ist ja nicht so eindeutig, wie das immer erzählt wird, dass wer jetzt nicht geimpft ist, der wird zwangsläufig krank. Zwangsläufigkeiten, das ist so eine Geschichte. In der Medizin ist nicht alles immer zwangsläufig. Wenn ich jemand die Luft abdrehe, der die Nase zuhielt und der Mund, dann erstickt er. Das ist zwangsläufig. Aber alle anderen Sachen sind noch relativ offen. Ja. Ja, und trotzdem wird ja genau diese Geschichte immer weitererzählt. Und das ist eben das, was ich eben meinte irgendwie. Seit April letzten Jahres hat es da keine Veränderungen mehr gegeben. Und die Leute, ich glaube wirklich, dass ein Großteil der Leute es schlicht und ergreifend auch nicht mehr glaubt. Nicht großartig irgendwie jetzt da irgendwie sonst was für eine Baustelle aufmacht, irgendwie was, wie wichtig das jetzt ist oder so. Sondern einfach im stillen Kämmerlein, ach, lass sie doch reden. Die erzählen doch sowieso nur Blödsinn. Und selbst wenn wir jetzt geimpft sind, wir sind ja immer noch nicht wieder frei. Und wir werden auch nicht wieder frei. Also was soll's. Und dann sagen sich die anderen, muss ich mich eigentlich auch nicht impfen lassen. Also abgesehen davon, ich trau dem Zeug auch nicht. Und nö, lass mal. Also nö, lass mal. Das ist der nö, lass mal Widerstand. Und ich hab, ja, das stimmt. Ich hab heute mit einem Freund telefoniert, der Arzt ist. Du hast einen Arzt als Freund? Ja. Boah, stark. Ja, also wir haben telefoniert gesagt. Und er meinte, dass er schon geimpft ist und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass er da voll überzeugt wäre. Aber als Arzt sagt er, ist es halt schon so, da wurdest du dir schneller was. Das lasst zweifelsohne gar da recht. Aber es ist schon auch im Kollegium so, dass viele Ärzte so sagen zu ihm, er ist ein sehr politischer Arzt, muss man dazu sagen. Aber er sagt, dass viele sagen, was sie so befremdet ist, dass es so überhaupt keine Zweifel und keine Skepsis mehr gibt. Also egal, ob es jetzt um die Lockdown-Politik geht oder von mir aus auch ums Impfen, dass kaum jemand sagt, war das notwendig, war das angemessen, hätte es so kommen müssen, hat es mir dann einen anderen Weg gegeben. Da sagen dann viele Ärzte in letzter Konsequenz, mit denen er spricht, die sagen dann, ja, vielleicht kommt man am Schluss zur Erkenntnis, dass das alles richtig war. Aber keine Ahnung. Aber dass man schon gar keinen Zweifel, gar keine Skepsis mehr walten lassen darf, das finden sie sehr befremdlich. Ja, das glaube ich aber, wie gesagt, nicht. Ich glaube, das passiert tatsächlich gewissermaßen hinter den verschlossenen Türen. Und das kriegt man nicht großartig mit. Man kriegt es aber mit, zum Beispiel, jetzt nochmal. Was glaubst du daran jetzt nicht? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es keine Skepsis gibt. Damit hast du ja eben deinen Arzt zitiert, der sich wundert, aber das Kollegium, viele im Kollegium sagen das auch, was ja wiederum vermittelt, dass es sehr wohl auch Ärzte gibt, die schon skeptisch sind, aber die sich über ihren eigenen Berufsstand sehr wundern oder auch über die Gesellschaft wundern, dass das überhaupt nicht stattfindet mehr und dass das überhaupt gar nicht mehr stattfinden darf. Das finden sie ja viel schlimmer. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass so diese vermeintlich fehlende Skepsis und diese breitflächige Unterstützung der Corona-Politik, dass das irgendwie auch eine Medien- und soziale Medienerzählung ist. Also wenn ich Leuten auf der Straße begegne, irgendwie meinen Nachbarn, wir sind ja hier in der Kleinstadt und so die nächsten Häuser so in die eine und in die andere Richtung, da kennt man sich und quatscht miteinander und so. Ich habe noch nie, wirklich noch nie jetzt, im Sinne Corona-Zeitrechnung, noch nie gesehen, dass eine Unterhaltung stattgefunden hat, wo die Leute dicht beieinander standen. Also das habe ich schon gesehen, da war ich selbst schon ein häufiger Bestandteil, dass irgendjemand eine Maske getragen hätte. Niemals. Keiner. Nichts. Überhaupt nichts. Ich habe das in meinem Umfeld schon gehabt, dass man auch Familienbesuche mit Masken machte. Also nicht bei uns. Wir hätten das nie gemacht, aber es gab es schon und das hat uns sehr befremdet. Aber ich glaube, alles in allem hat kaum, also wenn ich das bei jemandem angesprochen habe, gehst du da mit Maske zu deinen Leuten und so, um Gottes Willen, Unsinn. Ja, also wenn man halt der Angst um die Oma hatte, dann ist man halt nicht hingefahren. Ganz einfach. Ja, das hat man ja früher auch so gemacht. Eben. Tut mir leid, Oma, ich habe eine Erkältung. Ich will nicht, dass du da in Schwierigkeiten kommst. Und dann heißt natürlich die arme Oma und dann sieht sich dann ewig nicht und so weiter. Naja gut, aber das ist ja, das war früher auch so. Ich meine, wie soll ich sagen, meine Oma in Spanien, die habe ich einmal in zwei Jahren gesehen. Das war halt so. Ja. Also man muss sich jetzt auch nicht jedes Wochenende da bei Kaffee und Kuchen treffen. Ja. Da fehlt mir auch die Romantik dazu. Aber gut, das ist meine eigene Sache. Ja, also das war jetzt, meine Mutter habe ich im Schnitt fünf, sechs Mal im Jahr gesehen. Ja, das ist so. Und nun war das auch eine etwas längere, jetzt keine Reise, aber die Anfahrt war ein bisschen länger und so. Und letztlich, das ist einfach, wie du schon sagst, das ist so, das ist so, so Küchenromantik, Psychologie irgendwie, dass jetzt plötzlich jeder jedes Wochenende zu seiner Oma fahren will oder so. Das ist natürlich komplett unrealistisch. Aber versuchen wir noch mal, wir wollten ja nicht zu lange machen heute. Versuchen wir noch mal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. Das war nämlich der und das finde ich in der Tat wirklich bedenklich, dass sich bei unserem Livestream beziehungsweise häufig auch im Kommentarbereich unter unserem Blog, unter den Artikeln, dass sich da Leute immer wieder geäußert haben, wie froh sie sind, dass sie irgendwie ihre Meinung frei äußern können. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Selbstbeweihräucherung. Ja, sehr stimmt. Aber es ist ja leider, ja, man muss ja sagen, es ist ja leider so. Also es ist ja nicht so, dass wir uns da jetzt irgendwas ausdenken, genau wie dieser Mensch, der sich hat impfen lassen im Livestream und dann fast automatisch in die Rechtfertigungsschiene ging. Ja, ich hätte es ja lieber nicht gemacht, aber und so nach dem Motto irgendwie, ja, ich gehöre ja gar nicht so richtig zu euch, ihr seid ja wohl alle ungeimpft. Das ist traurig. Es gibt ja auch Ungeimpfte, die da einen Hass frönen gegen Geimpfte. Erlebt man ja auch. Ja, 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 ja. Diese Leute sind mir genauso fremd wie die anderen, also wie das Gegenteil von denen. Ja, die sind mir genauso fremd, ich kann mit diesen Leuten nichts anfangen. Das soll jeder schön für sich entscheiden und das ist bitte zu respektieren. Ja. Ja, fertig. Und auch was sein Weltbild betrifft und so weiter, auch wenn er mal was sagt, was vielleicht nicht politisch korrekt ist und so, habe ich heute auch gesagt, oh Gott, das darf man gar nicht sagen, das musst du ja wahrscheinlich rausschneiden und so. Er hat, ich wurde ja dann von diesem Arzt gefragt, warum ich nicht geimpft bin. Und ob das bei mir, er wollte dann wissen, ob das vielleicht auch so ein bisschen politisch motiviert ist. Und sage ich, ja, klar, es ist eine Art Selbstversuch, mag es vielleicht auch sein, ja. Und dann habe ich den Satz gesagt, da hat er sehr gelacht drüber, weil er sehr liberal ist. Ich wollte einfach mal wissen, wie sich so ein Jude fühlt. Wow. Ja, gut, das war ein Gespräch unter vier Augen, da darf ich sowas sagen. Aber andererseits muss ich sagen, was ist daran jetzt so schlimm? Das ist ein Vergleich, den ich herangezogen habe. Keine Gleichsetzung. Ja, das hatten wir ja schon im letzten Podcast. Eben, eben. Insofern, man kann das sagen, dann kann natürlich jemand sagen, boah, das war aber der von Di Roberto, dann ist das okay. Aber mich jetzt verteufeln und mich jetzt zu irgendeinem Nazi machen oder irgendeinem bösen Menschen machen, Entschuldigung, das ist lächerlich. Da braucht man auch keiner mehr kommen, damit habe ich überhaupt kein Interesse mehr. Nee. Wenn du mich jetzt schimpfen willst, dann watscht ab, bis der Podcast zu Ende ist und dann scheiß ich. Nee, nee, eigentlich nicht. Aber vielleicht nochmal. Wenn ihr wüsstet, was da hinter den Kulissen los ist. Ja, ja, wir haben uns ständig in den Haaren, wir fetzen und kratzen. Du hast doch gar keinen. Ah ja, stimmt. Naja, nicht auf dem Kopf. Naja, ich wollte aber nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil du das jetzt eben kurz angedeutet hast, von wegen Vergleiche oder Gleichsetzung. Im letzten Podcast hatten wir halt relativ ausgiebig darüber gesprochen, dass natürlich eine Gleichsetzung mit der Nazizeit und der Corona-Zeit nicht funktioniert und auch falsch ist, weil man es in der Form auch in dieser Radikalität unmöglich gleichsetzen kann, dass aber der Vergleich zwischen beiden Epochen absolut stimmig und im Grunde sogar vernünftig ist. Klar. Denn, und das war ja so das, was wir dann in der Quintessenz dann zum Schluss dann rausgearbeitet hatten, ein Vergleich hat ja immer zwei Funktionen. Er hat immer die Funktion, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszufinden. Und wenn ich keinen Vergleich anstelle, dann finde ich die Gemeinsamkeiten genauso wenig wie die Unterschiede. Wenn ich eine Gleichsetzung anstelle, dann unterstelle ich allerdings ausschließlich Gemeinsamkeiten. Und das ist undifferenziert. Es gibt im Grunde im Leben keine Gleichsetzungen. Du kannst zwei in den Sand gesetzte Ehen, die du in deinem Leben vielleicht gesammelt hast, ja, ich schon, die kannst du nicht gleichsetzen. Du kannst sie vergleichen, aber du kannst sie nicht gleichsetzen. Genau. Die zwei Alten, die du hattest, die haben sich ganz schön unterschieden. Und dementsprechend war auch das, wie soll ich sagen, das Miteinander oder Gegeneinander natürlich was ganz anderes. Genau. Die zwei Alten Ehen wolltest du natürlich sagen. Die Alten Weiber wollte ich eigentlich sagen. Ja, ich wollte es nochmal klarstellen. Ja, 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 klar. Natürlich, du hast recht. Ich habe es wieder mal verkackt, was die Definition betrifft. Genau, und ich werde einen Teufel tun und hier irgendwas rausschneiden. Ich werde überhaupt nichts rausschneiden. Das ist mir echt, wirklich, so weit bin ich mittlerweile, es ist mir scheißegal. Ob ich was rausschneide, das finde ich aber schade. Nein, das ist mir auch scheißegal. Echt? Ja, du musst es nicht rausschneiden. Nee, ich will ja auch gar nicht. Ja, also dann lass die Schere. Ja, aber wenn ich es jetzt rausschneiden würde und es wäre dir egal, das wäre aber tragisch. Sag mal, bist du in Italien oder was fahren da immer für Motorroller rum oder was? Ich wohne in einem Stadtteil mit einem 50-prozentigen Ausländeranteil. Darf ich das noch sagen? Wenn es rechnerisch stimmt, nein. Stimmt, nee, wahrscheinlich habe ich mich verrechnet. Wahrscheinlich sind es 53. Ja, und wir haben natürlich auch viele Italiener und die sind alle fußkranken, die fahren alle nur mit dem Motor. Also mit der Vespa. So sind sie, die Italiener. So waren sie immer. Kennst du ihn, kennst du sie ihn. Mussolini war immer mit der Vespa unterwegs. Ja, und war auch Italiener, ne? Ja, natürlich. Weißt du, dass der Lanz auch Italiener ist? Markus Lanz ist Italiener? Ja, der ist Südtiroler. Ach so. Ja, ist er dann Italiener? Ja, selbstverständlich. Ja, sehen die Südtiroler das auch so? Nein. Ja, da geht's los. Da geht's los. Da geht's los. Aber wer Italiener ist und wer nett ist, entscheidet im Regelfall ich. Ach so. Na ja, gut. Dann haben wir das ja auch geklärt. Na ja, liebe Zuhörer, ihr dürft bei uns, wir bitten sogar darum, weiterhin sagen, was immer ihr wollt. Ihr könnt mich auch schimpfen. Ja, das machen sie. Wenn euch das jetzt alles zu grob war oder sowas. Ja. Es ist halt, Zynismus tut gut, das schützt mich auch so ein bisschen. Geh nicht zu. Ich hab übrigens nach dem Text, Ungeimpfte ausrotten, habe ich Feedbacks gekriegt, dass man sowas lieber nicht machen sollte. Das hab ich gelesen, das hast du ja, das hab ich auch gelesen. Ja, da kam noch eine andere Mail, die war allerdings, da ging's dann noch um das Geldsystem, da hab ich dann nicht drauf geantwortet. Ich weiß auch nicht, was der Mann mir zum Ausdruck bringen sollte, er wollte, außer dass er meinte, ich würde, ich hätte zwar eine sehr gute Satire geschrieben, würde aber trotzdem das Narrativ unterstützen. Püh. Ob ich das denn nicht merken würde, hab ich jetzt nicht so gedacht eigentlich. Und auf Facebook hat irgendjemand den Text geteilt und es war dann tatsächlich so, dass eine Frau dann kommentiert hat, ins Impressum gucken und sofort anzeigen, das ist Androhung von Gewalt. Also die hat tatsächlich diesen Zynismus nicht verstanden. Ich hab das dann, normalerweise kommentiere ich jetzt nicht irgendwelche Kommentare von irgendwelchen geteilten Texten, aber da dachte ich dann, okay, das muss ich vielleicht jetzt mal gerade rücken. Und die hatte wirklich, also, wenn's denn stimmt, aber sie war dann ganz beruhigt und froh und so und meinte, Mensch, sie hätte sich, sie hat das tatsächlich ernst genommen und sie hat schon den ganzen Vormittag Bauchschmerzen gehabt. Wo ich dann denke so, boah, ey, Leute. Das ist doch mal, vielleicht sollte ich mich distanzieren von dir. Ja, besser ist es vielleicht, ja. Weil ich bin ja der Gute und du bist ja der Böse. Ja, nee, nach dem Podcast jetzt bist du wieder der Böse. Ich hab ja hier nichts falsch gemacht eigentlich. Ja, aber ich bin ja auch gerne der Böse, weil dann bin ich nicht ganz so langweilig. Ja, aber heute war ich halt mal der Böse. Der Langweiler damit. Achso, nee. Nee, der Böse. Das ist sehr aufregend. Ja, nee, aber der Text war natürlich sehr gut. Aber Satire, das hat ja auch jemand geschrieben, hab ich gesehen. Er hat dich gelobt für die Satire, aber hat auch gesagt, dass man das kennzeichnen soll, weil das kann natürlich nach hinten losgehen. Was du ja gerade bestätigt hast, könnte passieren. Ja, ich hab dann ja auch tatsächlich am Ende des Textes noch eine Anmerkung geschrieben, dass das zynisch gemeint ist. Habe ich mal nicht gesehen. Habe ich später eingefügt, ja, ja. Achso. Nachdem er dann offensichtlich doch einige Male missverstanden wurde und als er dann auch noch in den Hinweisen des Tages war, dachte ich mir, nee, also da muss ich jetzt auf jeden Fall noch was reinschreiben, sonst drehen da womöglich wirklich irgendwelche Leute am Rad und denken, ich würde jetzt Ungeimpfte umbringen wollen. Ich als Ungeimpfter übrigens. Ja, ja, wobei man sagen muss, ich nehme an, die Nachkriegszeiten, die das in den Hinweisen des Tages brachten, die haben das, glaube ich, schon kapiert, sonst hätten sie es wahrscheinlich nicht in den Hinweisen des Tages. Ja, aber das heißt ja nicht, dass es jeder Leser kapiert. Das ist richtig, aber mei, da kann man auch nicht helfen. Nee, also das habe ich dem einen, habe ich dann ja auch geantwortet, dass ich sehr dankbar bin für seinen Tipp und dass er vermutlich recht hat. Dass ich es aber nicht ändern kann, das wäre eine Selbstzensur und die steht für mich nicht zur Debatte. Naja, wie auch immer. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Ich auch nicht. Wir sind so ein bisschen vom Hundertstel ins Tausendstel gekommen und wieder mal unstrukturiert. Fangen wir nochmal an? Nee, heute nicht mehr. Wahrscheinlich werden irgendwelche Leute wieder sagen, Mensch, könnt ihr nicht erst mal zehn Minuten reden, euch dann strukturieren und dann wieder zehn Minuten reden und wieder strukturieren. Hat ja wirklich mal jemand vorgeschlagen, ne? Ja, und da kann ich darauf antworten, ja, das können wir, wir machen es nur nicht. Ja, es ist auch, nee, also, das geht ja gar nicht. Auch von wegen, wir würden uns so oft nicht ausreden lassen. Ja, Gott, machen wir am Telefon auch nicht. Ja, also, nein, ich finde, das ist tatsächlich, ich glaube, das habe ich auch geschrieben auf den Kommentar, ich finde, zu einer lebhaften Diskussionskultur gehört es, dass man sich ab und zu auch so ein bisschen ins Wort fällt. Das ist nicht böse gemeint, sondern das hat was von Enthusiasmus. Ja, und Vertrauen. Ja, natürlich. Und natürlich neigst du auch manchmal dazu, sehr, sehr lang zu reden. Und da muss ich einfach dazwischen gehen, weil ich bin ja die gleiche Attention Bitch wie du. Ich will ja auch Redezeit haben. Ich sehe es gar nicht ein, dass man mir meine Redezeit wegnimmt. Das ist ja unverschämt. Da gehe ich dazwischen. Ja. Und ja, und ich finde, wenn ich das in den Talkshows, ich gucke wenig Talkshows, aber du erzählst viel davon. Es ist schon so, da gibt es dann schon auch so disziplinierte Runden, wo der eine den anderen ausreden lässt. Und da ist es auch wieder so, da denke ich dann wieder am Buffet zurück und wie er über den Tisch liegt und fast stirbt. So geht es mir nämlich dann dabei. Das ist langweilig, das will ich nicht haben. Ja. Ja, ich finde es, also wie gesagt, ich finde es auch, wir reden ja auch so, wenn wir miteinander telefonieren miteinander. Und warum sollten wir das jetzt, ich meine, entweder wollen, du hast glaube ich dann doch geschrieben, ja, wir sind halt nicht sehr kultiviert. Das hat ja auch dann noch für einige Lacher gesorgt. Ich weiß gar nicht, ich würde sagen, es ist eine andere Kultur, eine andere Gesprächskultur vielleicht. Wir kommen beide aus der Arbeiterklasse, das ist doch noch vergessen. Ja, aber deswegen sind wir doch nicht kultiviert. Proleten, Proletarier. Ja, Proleten können auch kultiviert sein. Also ich finde unsere Gesprächskultur super und wir machen das, wir werden auf keinen Fall damit anfangen, dass wir jetzt hier Drehbücher schreiben oder womöglich Unterbrecher rausschneiden. Das könnte man ja auch machen. Ich könnte ja auch im Nachhinein das dann so gestalten, als wenn das ein total politisch korrektes Gespräch, nicht nur inhaltlich, sondern auch noch von der Form her wäre, wo wir uns nur ausreden lassen. Ich weiß gar nicht, wer uns dann überhaupt noch zuhören würde. Also ich würde uns nicht mehr zuhören wollen. Ich würde dir schon nicht zuhören, wenn du die ganze Zeit redest. Ja, 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 okay. Vielleicht, ja. Naja. Wir können ja auch zwei Formate machen. Also das ist jetzt der für unsere, für die Hörer, die das mögen. Und dann machen wir nochmal einen für die Woken. Ja, da sind wir anständig, wir unterbrechen uns nicht. Und wir behaupten natürlich das Gegenteil von dem, was wir jetzt gesagt haben, damit es auch stimmt. Das ist doch geil. Lass uns doch mal so einen Wokeness-Podcast machen. Mit Gendern und Ausreden lassen und allem drum und dran. Ob wir das schaffen? Ja, ja, das wäre interessant. Das können wir mal versuchen. Ja. Also zumindest ein paar Minuten. Ich glaube, das halten wir keine halbe Stunde durch. Nein. Da gehen wir tot. Das hält ja auch keiner aus. Nein. Aber ein paar Minuten können wir es mal probieren eigentlich. Ja, ja, ja. Aber nicht mehr jetzt. Jetzt warten wir erstmal auf die Wahl, weil es kann sein, dass es nach der Wahl ohnehin dann Staatsprogramm wird, dass man so reden muss. Dann kommen wir sowieso nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, ja, ja. Nee, ist richtig. Ist richtig. Ja, gut. Okay. Unsere halbe Stunde dauert schon fast 50 Minuten. Ja, Gott. Was soll's. Wir nehmen es uns ja immer wieder vor und kriegen es dann doch nicht hin irgendwie. Sollen die Leute halt nach einer halben Stunde ausmachen, ist mir dann auch egal. Ja, im Grunde haben sie dann auch alles gehört. Ja, genau. Also jetzt, jetzt, wir können das natürlich jetzt, aber ist ja auch Quatsch. Was denn? Nö, lass mal. Nö, lass mal. Das ist ja, das war der Nö, lass mal Widerstand Podcast. Das ist richtig. Nö, lass mal Widerstand. Lass uns mal, lass uns mal zusehen, dass wir mal den Hashtag Nö, lass mal Widerstand irgendwie, irgendwie. Das können wir machen. Etablieren. Das können wir machen. Das machen wir. Aber Nö, lass mal Widerstand versteht keine Sau wahrscheinlich. Ach, dann sag ich einfach nur Nö. Lass mal. Ja, okay. Nö, lass mal. Hashtag Nö, lass mal. Ja, gut, okay. Probiere ich mal ausgleich. Ja. Ja, okay. Hast du schon gegessen? Nee, ich will jetzt. Ja. Dann sieh mal zu. Ich bin sehr... Mir wurde was zubereitet, während ich hier mitgespräche. Ah, echt? Ah, du lässt hier irgendwie den Politphilosophen raushängen und Frauchen steht in der Küche und kocht oder was? Ja, aber es ist ganz oft so, dass Herrchen unter der Woche kocht und jetzt hab halt ich mal profitiert davon. Ach so. Ach so. Ja, ich kann nämlich ganz gut kochen. Sieht man mir nicht an, aber ich kann mich kochen. Oh Gott, durfte ich jetzt lachen? Da ist es schon wieder. Da ist es schon wieder. Was für ein Arschloch. Das lassen wir jetzt einfach so im Raum stehen. Durfte Tom lachen über diesen Witz oder nicht? Lassen wir das. Herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Die Leute wissen es nicht. Das ist ja ein Audio-Podcast. Die wissen noch gar nicht, worum es geht. Ich sag es einfach für die, die es nicht wissen. Es geht das Gerücht um, dass ich kein Idealgewicht hätte. Und Tom hat darüber gelacht, weil er... Also ich glaube, Tom denkt, dass ich dick bin. Aber... Nein. 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 Auf keinen Fall. Aber er darf das denken erst auf 30 Jahren. Ja, pass mal auf hier. Noch ein Spruch. Fratzen. Hier, Kiefernbruch. Und tschüss. Nach dem Augenring. Tschüss. Ja, tschüss. Bis bald. Ciao. Bist du in Italien oder was fahren da immer für Motorroller rum oder was? Ich wohne in einem Stadtteil mit einem 50-prozentigen Ausländeranteil. Darf ich das noch sagen? Ich wohne jetzt machen. Ciao.